Eigentlich sieht es super aus beim DAX, wir haben eine so schöne Bewegung gesehen und so ambitionierte Ziele, wir wollen doch unbedingt, dass der Kurs noch richtig schön weit nach oben geht. Er ist allerdings ja schon ein gutes Stück gelaufen und da bleibt für dem einen oder anderen die Frage, wie viel kommt denn da noch? Das ist tatsächlich die Frage für den Nachmittag unter anderem und wenn ich mir jetzt so das hintere Bild angucke, schaut euch das mal an, was wir hier beim DAX Index jetzt in dem Fall haben. Die Schubbewegung ist runter, die letzte zumindest mal, die starke Bewegung ist runter und das mutet ja schon fast korrektiv an. Ich würde mich also noch nicht mal wundern, wenn jetzt die nächste Bewegung in die geht. Jetzt sind wir ja schon in der Nähe unserer Zielmarke und wer sich erinnert, das ist ja jetzt keine Pflichtmarke, so von wegen, da hat er jetzt drei Linien hingemalt, da muss der Kurs hin, das ist ja Quark. Das ist ja nur eine Orientierungshilfe, dass wenn man irgendwo hier steht, sagt, okay, das wäre so die Größenordnung, die typisch ist. Und wenn er dann halt vorher dreht, dreht er vorher. Wann können wir erkennen, dass er vorher dreht? Naja, solange es ABC-mäßig runtergeht, ist alles erstmal safe. Was wir nicht gut brauchen können, sind scharfe Bewegungen, gefolgt von was Wackeligem. Dann kommt nämlich das nochmal. Und da ist jetzt Hoffnung und Sorge gleichermaßen verteilt, denn bis dahin, was ich jetzt so mal überlegt habe, ist das nichts anderes als eine ABC-Bewegung. Das heißt, wenn er da nochmal drüber geht, dann glaube ich auch relativ sicher sagen zu können, dass wir diese gelbe Zone da, das ist glaube ich bei 850 ungefähr, geht das los, geht bis 900 und ein paar zerquetschte. Also wenn wir diese dann nochmal sehen, also das erst nochmal runter, dann dieses ABC-Muster, das hier nach oben wieder auflösen, dann glaube ich sehen wir auch die 850 bis 900 in etwa. Ich denke, das kann man in etwa festhalten. Das wäre dann quasi die Fortsetzung hier dieser letzten Welle, um das nochmal zu bekommen. Kommt der Kurs aber nicht hier hoch, sondern läuft er weiter. Ja gut, wenn er weiter runterläuft, müssen wir über aufwärts nicht reden. Dann triggert er aber auch nicht. Also insofern haben wir dann auch keine Sorge, dass wir da falsch liegen können. Dann ist ziemlich deutlich die nächste Richtung. Es könnte ja schon das Ende dieser Aufwärtsbewegung sein. Und dann kommt diese Kiste wieder zum Tragen, die ungefähr bei 15.500 bis 15.200 ist. Das wäre so das klassische Bild, also sprich, dass wir hier reinlaufen. Diese Bewegung, da bin ich relativ sicher, kommt definitiv. Die Frage ist jetzt, kommt sie vom aktuellen Niveau aus oder schaffen wir es vorher doch nochmal ein bisschen höher und macht er sie dann? Aber so eine Korrektur ist sehr typisch, sehr wahrscheinlich. Und wenn sie dann auch wirklich dreiwellig ist, wie ich es hier angedeutet habe, so ähnlich wie wir es hier im Kleinen hatten, Schub hoch, wackelig runter, ja dann geht es auch nochmal weiter. Was würde das Ganze konterkarieren? Naja, wenn es eben nicht wackelig runter geht, sondern ähnlich wie hier schubmäßig runter geht und wackelig nach oben. Naja gut, dann bleibt natürlich die Regel, es setzt sich wohl nach unten weiterhin fort. Also das ist hier genau das gleiche Bild. So, was können wir jetzt aus der Sache ablesen? Im Moment ist es so, dass die bullische Seite nicht optimal dasteht, weil der letzte Schub ist runter und das ist bisher erstmal relativ wackelig. Wer mag, kann sich überlegen, sogar hier die Unterseiten für Shorts zu benutzen. Zumindest ausmaße ich mal bis dahin und unter Umständen, wie gesagt, in die Zone hier. Das ist jetzt der Index, müsst ihr gegebenenfalls übertragen, wenn ihr das umsetzen wollt auf den Kontrakt, den ihr auch immer dann wählt. Aber die Idee zumindest mal wäre so. Nur wenn der Kurs jetzt eben nicht die Unterseite triggert und oder aber, wenn er halt direkt hoch geht, das sowieso, oder wenn er halt dieses ABC macht und dann hier triggert, dann wäre es die Longseite bis zu den genannten Zielen. Also ihr seht, so richtig eine klare Weite haben wir, also eine klare Weite haben wir, so ungefähr als Idee dazu, sowohl nach oben, nach unten. Aber wir haben noch keine klare Entscheidung, welche dieser beiden Weiten angepingt wird. Gucken wir auf die Amerikaner, die sind auch gerade so im Schwebezustand, denn den Teil hier finde ich, impulsiv oder korrektiv, schnelle Antwort, ja wohl eher korrektiv. Ja, es ist eine Abwärtsbewegung, ja, aber die Gegenbewegung, so viel Kursüberschneidung, Trigger wäre das hier für eine Fortsetzung nochmal nach oben. Ich muss aber sagen, wir hatten das letztens, gestern glaube ich schon angesprochen, dass das schon sehr wackelig ist, das heißt, dass ich eigentlich eher davon ausgehe, dass das eher so das Ende dieser Aufwärtsbewegung ist und der arme Kerl ja auch mal müde wird, dann soll er mal Pause machen, dann können wir später wieder steigen. Also ich bin trotz eines Rücksetzers jetzt nicht bärisch, aber hier durch sollten wir nicht mehr gehen, das ist ungefähr bei 34.900, da würde ich dann sagen, muss das sein und es sollte möglichst so aussehen. Von mir aus auch irgendwie ABC auch noch safe, was ich wiederum nicht schön fände, wäre sowas, insbesondere nicht, wenn der Kurs nachher so ist, weil dann hätte ich irgendwie die Sorge, wenn ich das sehe, dass es genauso ist wie das hier und wenn es dann wackelig hoch geht, ach ja, dann müsste es ja nochmal einmal nach unten. Also genau das will ich nicht sehen, aber wenn er das Ganze eben in einer möglichst wackeligen oder mehrwelligen oder korrektiven Manier ABC geht ebenfalls, ABC immer weil dreiwellig, manchmal lese ich die Frage, was ist ABC? Man sagt immer, wenn wir so eine erste Bewegung, eine zweite und eine dritte, dann ist das korrektiv und wir sagen dazu, die erste ist dann eine A, eine B und eine C. Also Buchstaben steht typischerweise für Korrektivbewegung und Zahlen für Impulsivbewegung. Also insofern auch das eher positiv, allerdings mit dieser Pause, die wir da drin haben, hier ebenfalls, aber die Abwärtsseite, guckt sie euch an, findet ihr die mega stark. Ja, sie hat noch korrektive Züge, allerdings auch das hintere Ende, wenn es jetzt wirklich direkt hochgehen sollte, manche einer fragt sich ja dann vielleicht, ja, aber hätte man da nicht hier vielleicht schon long gehen können, er hat es nämlich so ganz knapp getriggert, wenn man hinguckt, dann wäre ja hier der tiefste Punkt. Und jetzt überlegt euch, was ist das für eine Bewegung, die wir bis dahin gekriegt haben? Schauen wir uns das mal an. Ja, schön impulsiv hoch, runter und dann so runter, Moment, das ist nicht impulsiv hoch, das heißt, das ist kein Trigger, den wir dann nach oben haben wollen, denn das ist wieder maximal überschneidend, kursüberlappend und damit eben nicht das Bild. Heißt nicht, dass es nicht hochgehen kann, heißt aber, dass ich das nicht sexy genug finde, um mich dann auf der Longseite mit dahin zu kaufen in den Markt. Also der Markt im Moment so ein bisschen auf der Kippe, also wir müssen heute Nachmittag genau hingucken, ob wir da irgendeine Position eröffnen. Das finde ich sehr pauseträchtig und dementsprechend nicht ganz so attraktiv, um da direkt jetzt loszuschlagen. Und Nasdaq, wie seht ihr das Ganze? Schreibt es rein in die Kommentare, ich bin da auch noch ein bisschen verhalten. Insgesamt aber keine schlechte Situation, also richtig traurig bin ich nicht. Nur im Kurzen, so richtig schön ist es für den Nachmittag aktuell nicht, also Grund genug, auf vielleicht etwas anderes zu gucken. Aber an dieser Stelle, mit diesem Beitrag soll es jetzt erstmal das gewesen sein. Euch erstmal liebe Grüße, bis zum nächsten Beitrag, macht's gut!